Jo, what's up und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir und zwar werde ich heute versuchen sechs Bierflaschen auf sechs verschiedene Wege zu öffnen mit sechs verschiedenen Utensilien. Ja, ich wollte eigentlich mit dieser zweiten Cam aufnehmen, aber irgendwie ist der Akku mehr. Das heißt, ich kann nur mit der leider Hauptfilmen und ja, so gibt es leider nur eine Ansicht. Auf jeden Fall werde ich das erste versuchen mit einem Löffel zu öffnen. Ja, mal probieren. Vielleicht so. Okay, der Löffel hat auf jeden Fall easy funktioniert. Ich nehme auf jeden Fall immer den Deckel und gebe ihn wieder drauf und stelle das Bier. Auf jeden Fall hier ins Eck. Als nächstes probiere ich das Ganze auf jeden Fall mit einem Kugelschreiber, ganz normaler Kugelschreiber. Zack. Wie werde ich das machen? Vielleicht. Okay. 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 Stift geht auf jeden Fall mehr dabei. Stift funktioniert auf jeden Fall auch. Wenn das auf jeden Fall gut ankommt, werde ich mit einem Hauer von mir probieren, in einem Wettkampf die Bierflaschen zu öffnen, aber diesmal wieder mit anderen Sachen, als ich jetzt verwendet habe. Und ja, einfach im Wettkampf um Zeit und der Gewinner kriegt irgendwas und der Verlierer muss vielleicht irgendeine Bestrafung machen. Mal schauen. Als nächstes probiere ich es auf jeden Fall mal mit Gaffer. Das sollte eigentlich auch ziemlich easy funktionieren, denke ich. Hm. Vielleicht so. Okay, Gaffer ist doch schwerer als gedacht. Okay, geht vielleicht auch ein bisschen mehr, aber wenn man nur Gaffer hat, wenn man irgendwo unterwegs ist und ein Bier fern will, funktioniert es auf jeden Fall auch. Nice. Also Gaffer, accepted. Okay, irgendwie finde ich den Stöpsel jetzt nicht mehr. Ah, so. Nice. Okay, die Hälfte ist durch. Bisher hat alles funktioniert. Mal schauen, ob der Rest auch funktioniert. Als nächstes probiere ich es auf jeden Fall mit irgendeiner Zeitschrift. Ich rolle es vielleicht am besten zusammen. Und so. So. Vielleicht funktioniert es so. Oder doch. Irgendwie. Vielleicht wenn ich es da so mache, dass komplett drinsteckt, das Bier. Das dann irgendwie. Vielleicht so knicken. Okay, mit der Zeitschrift geht es deutlich schwerer, als mit den anderen drei Sachen bisher. Bei dem Wettkampf-Challenge werde ich auf jeden Fall noch irgendeine Strafe überlegen, die was halt nicht so angenehm ist zum Ausführen. Aber ja, vielleicht so Ziharmonika-Style mäßig. Irgendwie so falten. So soll es eigentlich eh funktionieren, weil nicht so. Und geht schon. Easy. Easy, Ziharmonika-Style, geht schon. Ja, Mann. Auch Nummer vier, easy, also easy, geöffnet. Okay, Komplikationen, Bier geht über. Dann Nummer fünf mit Toilettenpapier. Ja, ist auf jeden Fall keine Produktplatzierung oder so für Heineken. Die werde ich natürlich jetzt schon bekommen. Nein, ist keine. Ich habe einfach einigen genommen bei Flaschenbieren. Normalerweise bin ich eher für eine andere Biermarke, was ich jetzt nicht so erwähnen will. Aber ja, ist mir ein bisschen zu teuer, um alle sechs zu öffnen. Also ja, alle sechs. Ich könnte zwar jetzt alle sechs auf einmal trinken, aber dann würde Moped fahren eher schwieriger werden. Also schwieriger, eher illegaler und ich will entscheidend, ob ich das Spiel setzen für Biersaufen und Fahnen. Und auch natürlich nicht mehr leben. So, irgendwie. So, vielleicht. Komm, es muss alles funktionieren heute. Das geht. Das geht, das geht, das geht. Das geht auf jeden Fall. Vielleicht ein bisschen länger. So, na. Probieren wir es anders. Einfach mal so falten. Zack. Zack. Ich werde auf jeden Fall hier oben links oder rechts eine Abstimmung machen. Was als nächstes für ein Video kommen soll. Entweder Werbung versus Reality. Also wie Produkte in der Werbung gezeigt werden oder wie sie halt dann in Realität ausschauen. Oder irgendeine andere Idee mal schauen. Und ja, stimmt auf jeden Fall ab. Und zeigt mir, was ich als nächstes drehen oder hochladen soll. Das muss doch. Okay, na, ich gebe es auf. Also, Toilettenpapier. Nee. Okay, vorletztes Produkt fürs letzte. Also, vorletztes Produkt fürs vorletzte Bier. Weil ich dachte irgendwie, es wird alles funktionieren. Aber irgendwie nicht. Auf jeden Fall. Nike Schuh. Alter von mir. Also, Nike Jordan. Alter Schuh. Und ja, let's do this. Okay, nein, das ist logisch, dass das nicht funktionieren wird. Vielleicht mit der Sohle. Go. Ich probiere es vielleicht so. Ich probiere es auf jeden Fall. Wie kann es machen, dass man es am besten sieht. Einfach so durchs Draufrauen. Ich werde jetzt einfach von oben suchen irgendwie. Nö, nö, nö. Schuh wird auch noch funktionieren. Okay, das muss funktionieren. Okay, wenn ich das aufmache, wird es auf jeden Fall gut durchgeschüttelt sein. Aber es muss doch irgendwie... Oh, ja, ja, ja. Uh. Okay, es geht eher gleich über, anstatt dass es offen ist. Es... Schon. Irgendwie. Komm. Okay, es geht, es geht, es geht. Es geht zwar schon über, aber... Okay, jetzt habe ich Schaum auf meiner Hand unterm Schuh. Schuhe funktioniert, Schuhe funktioniert. Das geht jetzt. Und da auf jeden Fall. Okay, man sieht es nicht irgendwie durch die Schärfe. Ich bin auf jeden Fall jetzt offen. Blut ein bisschen. Leihand. Ich gebe es auf, Schuhe funktioniert auf jeden Fall auch nicht. Also, ich habe hier noch zwei übrig. Also, ein Eins eigentlich, weil das ist schon offen. Die zwei Sachen haben auf jeden Fall nicht funktioniert. Das ist... Vergiss das. Was kann ich... Ich weiß nicht, was ich sonst probieren kann. Ich probiere... Das Messer und Gabel vielleicht, weil... Die zwei Sachen... Ne. Okay, irgendwie bin ich da zu blöd. Das Bier zum Öffnen. Jetzt wird es dann langsam. Das geht, das geht, das geht easy. Also, Messer, Bier, sollte eigentlich ziemlich easy funktionieren. Messer, Bier, easy. Hat auf jeden Fall alles gut funktioniert. Außer Schuh, Toilettenpapier. Sechs geöffneten Bierflaschen, die jetzt eigentlich wieder... Okay, fünf. Sechs geöffneten Bierflaschen, die jetzt wieder zu sind, weil es da später noch trinken werde. Auf jeden Fall. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und gerade auch ein bisschen Nerven kostet. Aber ja. Wenn es gut ankommt, werde ich auf jeden Fall diese Speed Challenge machen. Das war es mit dem Video. Liked hier, hier, hier oder hier. Abonniert hier oder hier oder hier oder hier. Ich weiß nicht, in irgendeinem Eck muss ich noch herausfinden. Danke fürs Anfragen und ciao.